Half Pass Tipsy. 48 Counts, 4 Seiten und ein Restart in der dritten Runde und ein Brücke plus Restart in der siebten Runde. Die Schritte. Wir beginnen mit einem Out-Out, rechtes Bein beginnt. Und zwar ist es Out-Out, dann rechts ein Flick behind side. Flick, dann side. Und mit den Linken das Gleiche. Flick und side. Gewicht ist auf links, rechts ist frei. Mit rechts behind und links ein Vögel side. Behind, Vögel side. In dem rechten einen Touch nach vorne, nur die Fußspitze, also nur der Ballen. Und ein Heel-Fan, das heißt die Hacke bewegt sich nach außen und wieder nach innen. Rechtses Bein kickt nach vorne, geht zurück als Back. Links toucht, einmal vor dem rechten. Und mit dem Linken einen Step nach vorne und über die linke Schulter, Viertel, Brasch mit rechts. Einmal Viertel, rechts ist dadurch frei. Wir gehen einmal mit dem Gräbbein nach rechts, das heißt side, behind, side. Touch. Und das Gleiche nochmal nach links, aber diesmal am Ende mit einem Scuff. Side, behind, side, scuff. Von hier, Crossrock, rechts über links. Cross, Rock. Dann ebenfalls mit rechts, side, Rock. Das Gleiche nochmal. Cross, Rock. Aber, side, hold. Jetzt gehen wir sozusagen auf die andere Seite, links über rechts. Cross, Rock. Side, Rock. Und jetzt eine Jazzbox mit einer Vierteldrehung und dem vierten Count als Scuff. Vierteldrehung über die linke Schulter. Cross, Viertel, Step. Step, Scuff. Und von dem Scuff ein Toastrad mit rechts, das heißt, ich setze erst den Fußballen auf. Erstmal auftippen, dann den ganzen Fuß absetzen. Step halb über die rechte Schulter. Step, halb. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal mit dem linken Bein. Toastrad, Step, halb. Gewicht zusammen auf dem linken, da ist die Seite schon zu Ende. So schnell geht das. Und dann beginnt der Tanz hier natürlich wieder mit Out, Out von vorne. Das heißt, Out, Out, Flick, Flick und so weiter und so weiter. Das Ganze einmal mit Zählung. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. 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 Fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Der Riestat in der dritten Runde erfolgt nach den Gräbweins. Das heißt, wir machen beide Gräbweins einmal nach rechts und einmal nach links und gehen mit dem Scuff direkt in den Out, Out, Flick und Flick. In der Runde sieben machen wir noch ein kleines Stückchen weiter. Das heißt, die Brücke und der Riestat sind ein kleines Stückchen später. Das heißt, wir machen den Crossrock immer noch mit, rechts über links. Cross, Sankt, Cross, Side, Hold. Und jetzt kommt die Brücke. Langsam ist es ein Cross, Back, Side und ein Hold. Und dann haben wir noch vier weitere Counts. Dabei geht, wenn man möchte, der rechte Teigefinger nach oben. Und nach den vier Counts beginne ich dann wieder mit Out, Out, Flick und Flick. Die Schritte sind ebenfalls in derselben Zielweise. Das heißt, langsam. Eins, zwei, drei, vier. Ist erholt. Fünf, sechs, sieben, acht. Und dann fange ich von vorne wieder an. Das Ganze einmal mit Musik. Fünf, sechs, sieben, acht. Das Ganze hier,四, drei, vier. Once I get going, put a cat in my hand, and read my wild hand. So when we get the TikTok gut, that high, is like our time bomb. Five, fast, fast, ten. I'm fast, fast, ten. And quarter to twelve, and my dumb head play. Countdown's always the first beat to hit me. Five, four, three, two, one, two, many. Masalista. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.